So ihr Lieben, ich muss jetzt alles nochmal neu spielen und neu starten, da die Aufnahme nicht gestartet hat. Ich habe gerade eben hier an dem Fenster noch ein Blatt gefunden mit einer Erinnerung. Und ein Buch habe ich eben noch gefunden. Es liegt gerade, glaube ich... Hier war doch gerade ein Kreuz, oder nicht? Das liegt alles daran, dass ich jetzt mit den Move-Controllern spiele. Da war gerade ein Kreuz. Hä? Da hing ein Kreuz an der Wand. Ich weiß nicht, ob man ein Brot isst. Und zwar... So. Oder auch nicht. Äh... Ich habe aber versucht, fast alles gleich zu treffen. Hier war gerade ein Kreuz. Das fühlt sich wie ein Prisen. Ich weiß nicht, ob es nicht mehr so ist, wenn es wirklich so ist. So, äh... Die Tretments knock anything else loose up there? Ich weiß nicht, ob es nicht mehr so ist. Ach, Ape Oh Hallo Oh, hä Ich weiß nicht, was ich getan habe Ich glaube, ich war an der Tür drin Hey, Gordon Bisschen aggressiv, hm? Kleiner Akko, Gordon Vielleicht hat er recht Oh, oh Das hört sich ganz schlecht an Brot Da hängt ein Kreuz Da hängt ein Kreuz Seht ihr das? Hey, Mr. Sandman Komm her Ach, das ist so in der Dunkelheit Ach so, okay Couldn't that happen to us? Könnte uns das auch passieren? Was meinst du damit? What do you mean? We're We have trouble with our memories It'd be a lot worse from what I've seen around here They should just take Das hört sich nicht gut an Das hört sich nicht gut an Das hört sich nicht gut an Oh oh Ach, Gordon Du armer Kleiner Hä, warum macht er jetzt die Lichter aus? Oh, God Right this way Oh, God Wie wär's mit Nein Wie wär's einfach mit Nein Oh, God Oh, God Oh, God Das glaub ich dir nicht Wenn das mal Träume bleiben würden Oh, God Gordon, hast du das gemalt? Und das da? Und das da? Seit zwei Tagen nix gehört Oh oh Yeah, I'm sure they will Bestimmt kommen die für dich wieder Oh, er hat Hunger Oh Aber isst nicht mich, bitte Das will nicht Oh Oh Eine Erinnerung Das ist ein bisschen nah Ich mach doch gar nichts Gordon, das ist krass Was hast du hier gemacht? Was ist das hier alles? Schmeckt's? Oh mein Gott Ähm, isst nicht Milch Ich bitte Ähm Das weiß ich nicht Oh mein Gott Die kommt aus meinem Bauch Ähm Ist das so leise da draußen What do you think Carpent Was glaubst du ist passiert? Hm Kann sein Du scheinst ihn gut zu kennen Diesen Typen hier I had some strange dreams Es ist so weit weg Das ist so weit weg Dass man es tatsächlich lesen kann Ja, I Ähm Ich auch Actually Ever since they put me in Hm Hm Das glaub ich nicht Dass alles gut sein wird Nein Ich will nicht schlafen Wenn ich schlafe Kommen die Oh mein Gott Wenn ich schlafe Kommen die bösen Dinge wieder Oh Ich muss das glaub ich Zurücksetzen hier Ich glaub du solltest Besser nicht schreien Ich glaub das ist nichts Gutes was da draußen ist Wo kommt eigentlich Dieser Löffel her Der war doch eben Oh Gott, das ist mein Löffel Was tust du? Kann ich dir helfen? Ich wollte dir helfen Das ist gut Ja Ähm Der ist glaub ich Ein bisschen bekloppt Great idea Yay Great idea Great idea Der guckt schon so böse Ich glaub der ist wahnsinnig Du machst den noch kaputt Ich? Was? Aber You need to calm down Das war ich nicht Das war ich nicht Oh Oh nein Oh nein Ich will das gerne In die andere Hand nehmen Sorry Gib das her Dann nicht Da ist irgendwas Da ist irgendwas Ach du Scheiße Das ist nicht gut Das war ich nicht Bis weiter Untertitelung des ZDF, 2020